Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technic S&P IoT Version 2. Mit dabei wie immer der Crazy252. Hallo. Und meiner einer der Doshel B. So, wie in der letzten Aufnahme versprochen, ich habe jetzt mal das andere Texture Pack rausgehauen, das Fax. Ja, man sieht, ich habe hier noch nicht so wirklich viel an einigen Mods komplett gefunden. Gregg Tech ist nur teilweise dabei. Aber ich schaue nochmal, ob ich da noch was finde. So, wir hatten ja in der letzten Aufnahme mal angefangen, hier ein bisschen mit Wellkraft rum zu hantieren. So, und ich würde sagen, geehrte Meister der Wellkraft, was willst du haben? Okay, also, wir brauchen mehrere Switch Tracks. Switch Tracks. Also ohne S hinten. Crack. Äh, die normalen, ne? Ja. Gut, dafür brauchen wir Standard Velvet und Wooten Velvet, okay. Ich glaube mittlerweile dürften dann auch mal hier die Zellen fertig sein. Und dann eventuell noch ein paar Switch Leather oder was mal. Ja, Switch Leather. Okay, ich mache jetzt erstmal hier noch ein bisschen, äh, Crizoid, äh, Crizoid Oil. Fülle ich mal ab. Blub, 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 blub. So, ich mache dann erstmal wieder ein bisschen Wooten Velvet, weil Crizoid Oil haben wir jetzt endlich mal wieder. Nein, ich da, da. So, das ist alles hier rein. Slap. Ähm. Du hast ja hinten den einen Mechanism-Ofen abgerissen. Der sollte immer eh sein. Okay, weil da ist nämlich das drauf, wofür ich den gerade brauche. Ähm, kurze Frage, wie viele Switch-Fact brauchst du? Mach mal 16 Stück. Gut. Was brauchst du noch? Bitch Leather. 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 Ah, das war das, da braucht man mal wieder Farbe. Ich merke schon mit dem Modpack ist erweise nicht. Warte mal, warte mal. Ja? Warte mal, ich schaue mal, wie viele wir davon noch haben. Vielleicht musst du die gar nicht mehr machen. Okay. Dann schaue ich schon jetzt. Ich glaube, wir brauchen App, wir brauchen Routing-Switch-Motor. Routing-Switch-Motor. Ja, genau. Okay. Da braucht man doch noch Switch-Motor. Okay. Machen wir erstmal hier die Detector-Routing. Gut. Brauchen wir Quarz für. Ich habe mir zwei Stacks Quarz-Blöcke gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo du die M-A hingetan hast, aber ich bin sie nämlich nicht mehr. Sie sollte... Dann hast du die nicht in irgendwelche Kisten geworfen, die ganzen Sachen. Weil danach war natürlich ein M-E-Interface drüber. Aber das kann sein. Ja, Entschuldigung, ich bin nur noch ein bisschen Scheiße drauf. Das drücke ich mal so aus. Na, das machen wir mal hier aus. Ticke. Oh, da sind auch wieder Sock-Bottles. Machen wir mal. Äh... Boah, die... Kennt ihr eigentlich immer diese eine kleine Kackfede, die so sehr auf die Nerven geht? Die ist halt bei mir die ganze Zeit am Bein noch rumschwören. Ich kriege das mal ein paar Punkte. Er wird auch noch BRA. ó was brauchen wir jetzt hierfür noch. Wir brauchen auch ein RED-DIY. Darauf mal, was wollen wir jetzt hierfür noch? Ich werde nicht, was ist hierfür noch? Die, okay, wir brauchen ein RED-DIY. Wir brauchen ein RED-DIY. Die, die, die. Die, die, die... Die, die... Ich mache mal ein bisschen was in Pulverweiser. Hast du gerade Damage bekommen? Ja. Wovon? Gegen einen Rock Crusher gelaufen. Du willst mich echt verarschen oder? Ich bin nur gegen den Rock Crusher gelaufen. Ich weiß noch nicht mal wie man davon Schaden bekommt. Nur wenn man daneben läuft. Ich dachte man bekommt Schaden wenn man oben drauf steht. Irgendwann habe ich meine ganzen Items noch. Will ich denn etwas? Ja. Nicht so das letzte Mal. Ja. Denk mal kurz dein Wifi nochmal neu. Wollte gerade nicht richtig gehofften. Ja gleich. Ich brauche einen Das geht jetzt nicht mehr. Wie viele von den Routing-Switch-Motoren brauchst du? Dann überlegen. 16 Stück wenn es geht? Nee 8. 8. 8 reicht. Kann knapp werden. Ja. Wir haben ja schon einen drüben. Also brauchst du jetzt noch 7. Wieso will das hier nichts? Das ist ein Witz wenn das jetzt klappt. Das ist es doch immer. Gut. Hammer nice. Armee will gerade nicht richtig gehofften. Ja. Warte mal. Warte mal. Vielleicht gleich wieder. Ja. Hast du gerade einen Auftrag stagniert? Nein. Oder? Ja. Ich schaue. Oh. Daran könntest du nicht. Ah nee. Wird ja. Wird ja nachfausten. Ja. Okay. Warte mal. Pistons will er gerade nicht craften. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Holz. Ich kann an der Zeit wo ich ja gerade nichts tun kann. Aber unten hier am Grinder was von den Tiny Tests drauf holen und so. Wollte er Holz craften? Das habe ich gerade gesagt. Funktioniert echt gar nichts. Wirst du einfach mal im Verhopen nachfragen, ob das nur bei uns so ist. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Warte mal kurz. Ich habe gerade das ganze. Oh. Rosin tut er auch nicht mehr. Nee. Er macht gar nichts mehr. Okay. Ich baue den Controller ab. Ja. Habe ich gerade eben schon zweimal gemacht. Ähm. Haben jetzt da noch eine 16k drin. Was ist? Da ist noch eine 16k drin. Ja. Wundert mich gerade. Einmal bitte Neulinken. Okay. Einmal bitte Neulinken. Warte mal kurz. Warte mal. Warte mal. Hast du das Gefühl, wo er dann fliegt? Hä? Warte mal. Mach mal nix. Ähm. Ich hatte eigentlich dieses Problem schon mal. Ich fühle mich jetzt gerade richtig verarscht. Ah. Jetzt arbeitet er wieder. Sehr schön. Weil alles voll war. Wir müssen definitiv mehr rausnehmen. Weil. Äh. Ich bin doch schon die ganze Zeit am gucken, was man nochmal raus holen kann. Kann ich mir doch schon teilweise die Erze wie jetzt auch am verarbeiten. So. Ähm. Mh. Mh. Mercury Flex. Die kann man doch auch nochmal verarbeiten, oder? Mh. 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 Okay, müssen wir heute auch ein bisschen Aufräumarbeiten machen. Hier ist Don't Us, kann man mal wieder recyceln. Wir brauchen noch 7 von diesen Switch-Footing-Motoren. Oh, bald ist an die Gamescom. Oh, ja. Ich freue mich schon, weil sie jetzt schon richtig. Echt nur du? Weiß, was ich euch hoffen will, welcher YouTuber sich bis zur Gamescom noch verletzt haben sollte? Wer? Spark. Ja, Spark, also den möchte ich ja auch mal gerne mit treffen. Oh, ja. Ja, man weiß ja, dass der mal geheim bleiben wird. Also, hat er ja mal gesagt. Mhm, aber jetzt haben wir schon so viele gesagt, dass sie geheim bleiben wollen. Nee, Peter. Ja, okay, bei ihm war es halt anderes, weil ich habe 300.000 gesagt, hat er okay, ich will jetzt, ich will mich jetzt zeigen, bis zur Gamescom. Finde ich auch gut so. Ja, ich meine, ich respektiere echt von YouTubern die Privatsphäre. Besonders jetzt hier ja wie bei Leuten wie Spark oder was weiß ich jetzt alles hier. Halt die ganzen Leute, die noch das Abitur oder Studium machen. Das respektiere ich richtig. Klar, ist sehr anstrengend für das Studium und so. Mhm. Deswegen respektiere ich totalerweise richtig diese ganze Peatsmeet-Truppe, weil die sind ja noch alle im Studium. Hier ganz besonders ist ja auch Jay von Peatsmeet, der ist ja auch richtig aktiv momentan bei seiner Ausbildung zum Tierarzt und alles. Der macht ja auch teilweise ein Praktikum und guckt auch noch, dass er das ganze Display unter einem Hut kriegt. Das bewundere ich, wird es wirklich extrem. Weil ich kenne das jetzt auch schon mittlerweile von mir, das ist immer richtig schwierig, teilweise Let's Playen und Schule oder Arbeit alles unter einen Hut zu bringen. Das ist das doch immer. Ich finde das ja auch voll geil immer, diese Leute, die immer denken, dass das Let's Playen immer, dass immer die Folge dann hochgeladen wird, wenn man sie braucht. Also wirklich, okay, ich habe keine Folge mehr, ich muss heute eine aufnehmen. Okay, heute kommt die Folge raus, dass sie genau an dem Tag aufgenommen wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das sind immer noch die Besten. Ah, stell dir vor, es ist nicht so. Wissen die doch nicht. Auch wieder wahr. Ja, heute ist dann vielleicht noch mal ein bisschen hier mehr, gucken, dass das AI ein bisschen entlastet wird. Wenn mir erzählt das gefahrt, würde es schon längst entlastet sein. Ja, bloß, was vielleicht gar nicht mal so dumm ist, wenn wir nochmal den ganzen Drive-Fall mit 16k machen, weil, was bringt das jetzt so eine Terra-Story schon, weil, die hat ja auch nur 63, ähm, alten Typen. Ja, bin ich ja momentan am Craften. So, vielleicht haben wir die Probleme bald nicht mehr. Okay. Zumindest was die Erdse angeht, also da wird dann ordentlich platt sein. Ähm, du bist ein Profi, habe ich dir das gesagt? Ja, öfters. Ist ja jetzt schön, dass hier wieder dein, deine LED-Factory läuft, ne? Weil die von zwei Jahren geschlossen ist. Ja. Wo kriegt die ihren Strom her? Das ist ne gute Idee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist echt genial. Du brauchst ne, du brauchst ne Energy Cube, warte. Narsch? Äh, geil, wir haben keinen mehr. Kannst du ja, das läuft. Läuft's ja? Ja, jetzt läuft's ja. Finkt halt schön, dass es auch mit, ähm, dem FirmX-Fundern so gut kompatibel ist. Ja, zum Glück. Äh, blockierst du vorher gerade meine ganze Produktion, ne? Ah, macht nix. Ja, ja. Ähm, ganz kurz, ich will dir auch vielleicht mal sagen, ich sag jetzt mal vor, dass ich jetzt während der Gamescom, habe ich jetzt nicht so wirklich Bock hier dauerhaft noch Folgen vorzubereiten, also würde ich mal gucken, dass wir dann einiges auf Vorrat schon mal haben. Ah, okay. Also, das ist jetzt... Können wir mal... Diese Woche mal ein bisschen mehr aufnehmen. Also, wir brauchen eigentlich nur Ganzen, oder? Dann können wir genug aufnehmen. Ja, ich suche mal gerade nach Zinn-Prä. Haben wir noch ein bisschen was? So, Zinn ist jetzt komplett in der Verarbeitung. Oh, mein Gott. Aber dann seht ihr vielleicht auch mal, wie das hier immer bei uns ist, die ganze Erzverarbeitung. Und das ist schon nicht ohne, was wir hier alles teilweise noch machen müssen. Äh, ich setze mal kurz einen Spawner um, okay? Ja, ja. Ich weiß, ja, kannst du mir mal kurz Rückendeckung geben? Bist ja besser equipped als ich. Ah, wir die ganzen Blazers da drin töten. Habt den Spawner. Okay, vielen Dank. Wo hast du denn in Spawner das reingetan? Ich hab den auf der Diamond Dolly. Ach, stimmt. Ich hab jetzt gerade die ganze Zeit über überlegen, wie hab ich die Spawner mal da reinbekommen. Da gibt es ja gar keine Portion dann. Da, 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 da. Da, da, da. Portion dann wäre echt nicht schlecht. Ja. Wir müssen auch irgendwann mal mit der Destillation Tower machen, die steht hier so einsam rum. Ist er fertig, hier ist er? Ja, bloß, ja, keine Verwendung, das meinte ich. Summa, eh. Verwendung, nicht Verbindung. Ach so. Oh, ich hab Verbindung verstanden. Ich tue mal hier ein bisschen Appetite wieder in die Ärzte arbeiten. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber... Hauptsache halt, wir haben's, ne? Ja. Vor allem müssen wir ja noch... Wir können auch aufhören mit... Hm? Wir können auch aufhören mit, äh... Na, Erze zu... Also mit Miner auf Yacht zu gehen, aber wir brauchen Zertus Quarz. Gibt's nicht noch einen Desert-Zertus Quarz? Nö. Äh, glaube auch, oder? Ne, gibt's nicht. Oh, okay. Du kannst ja dann gleich mal den Miner umstellen, wenn du willst. Dann guck ich auch in der Zeit mal, dass ich... Entschuldigung. Ähm, dass ich mal... Hier für dich unten die... So tollen da Routing-Scheiße mache. Wieso teuer? Ähm, das Problem ist einfach, dass es... Verbraucht die Sachen, die man am seltensten braucht, wie Wolle oder so. Ah, okay. Ja, Faden haben wir genug. Weiß du ja, oder? Äh, wieso? Äh, Strings vom Spinner von einem Monster Farm Hammer. Ach so, ich hab Farben verstanden.